Und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Freunde, was ist denn da los gewesen? Der erste Kampf und Vanessa muss aufgeben, wie ihr hier seht, weil sie voll am Ruh ist. Okay, kann sein, vielleicht durch den Treffer, dass sie deswegen kurz musste, aber das ist echt krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass das halt so schnell geht, muss man sagen. Aber eigentlich trainieren die auch so. Ich glaube eher, dass sie irgendwie einen Schlag bekommen hat und deswegen das ist. Naja gut, es war kurz, aber schön. Definitiv, sie hat schön in den Gübel mal reingerührt. Von der Sache her, ihr könnt ja mal reinschauen, wie ihr natürlich auch den Kampf findet. Nachher geht es natürlich noch weiter bei den Jungs. Mal gucken, wer da gewinnt. Also diesen Kanal natürlich abonnieren und die Glocke bitte.